Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Matchmaking-Runde hier auf Köbelstein. Ich fühle mich wieder gesund genug, um hier ein bisschen zu kurbeln. Bei den Matchmakings werde ich auch meistens etwas lauter. Wir rushen B, Zucker oder sowas, habe ich da gerade rausgehört. Wird also ein ziemlich heftiger Rush. Natürlich mit Hass und allem drum und dran. Und das Unsport. Ich bin wieder am Callen, während ich schieße. Ich würde mir am liebsten die Hände abhacken. Direkt am Anfang vom Spiel. Wo callt ihr, wenn ich fragen darf? Also in Counter-Strike, auf welcher Taste? Callt ihr auch auf der Maus? Was beim Aim ja dann meistens ein bisschen blöd ist, wenn man umgreifen muss und dann callt, während man schießt. Nice. Oder callt ihr irgendwo auf der Tastatur. So, wie habe ich geholfen? Neun in eins. Ich würde sagen, besser wie Null in eins, oder? Ja. Okay, Drop to A. Alles klar. Ich nehme die BM. Oh, die zwei gehen aber B. Vielleicht gehen wir Drop to B. Nice. One kill on B. Let's go B. Hoffentlich ist ein Chicken keiner. Bitte nicht. Ja, Wollop, Wollop. Door one. Still the last one on door. Meine Calls sind so fantastisch. Was ist das Spiel? Shotgun? Ajo. Das ist ein Wahnsinnskerl. Das ist ein Wahnsinnskerl. Wenn er den Dropkill macht, dann gehe ich mit runter. Okay. Könnte ich dir helfen? Bro. I thought you need help. So, jetzt schicken wir mal kurz in Mollin. Nice. Alter, wie er abgeht. Alter, das Team ist schon ziemlich nice im Moment, aber wir gewinnen auch. Ihr kennt den Spruch von Mollin und mir? Jeder kann höflich und fröhlich und nett sein, wenn man gewinnt. Das wahre Arschloch zeigt sich erst, wenn man am Verlieren ist. Und zwar hart am Verlieren ist. Oh, ihr glaubt nicht. Was? Es war jetzt natürlich Premium, der Tod, ne? Einfach mal springen, um den Headshot zu fressen. Ich wollte natürlich einen Sprung nach unten andeuten. Das ist ein recht guter Trick. Aber man sollte zuerst gucken, ob da jemand steht oder nicht. Das war irgendwie schweine dumm. Aber bei den Mates läuft es auch irgendwie nicht besser, ne? Alle tot. Longestown. Gut, gut, da hab ich endlich einen Kill. Ich hab sogar schon zwei. Who is the best in the West? Each time to Lotto. Ach ja, scheinbar bin ich der... Let's go be, guys. Three down. Oh, is the smoke? Oh, the enemy smoke, I think. Yeah. Nice. Hallo, Gegner. Wo seid ihr hingegangen überhaupt? Nice. Jawollo, Alter. Ich kann gar nicht oft genug jawollo sagen, wie das hier gerade läuft. Ich hab mir natürlich schon gewünscht, dass dieses erste Matchbacking, dass ich jetzt seit langem wieder spiele hier für euch auf der YouTube, dass es gut läuft. Bin auch wie immer nicht eingespielt, also ich bin echt zufrieden, wobei man wirklich sagen muss, ich hab jahrelang halt dieses eine Spielen geglaubt, wirklich. Ich hab wirklich jahrelang daran geglaubt, von wegen warm werden und hin und her. Und das macht auch irgendwie sehr viel Sinn. Aber ich hab schon ein paar wenige Male vor den Matchbackings oder auch manchmal vor dem Stream schon ein paar Runden namens Race gespielt oder Deathmatch, dass ich halt schon eingespielt bin, so ein bisschen warm bin oder angespielt zumindest. Weil eben auch schon oft genug Runden, die ich eiskalt beginne, scheiße gelaufen sind. Aber ich hab auch mindestens genauso viele Runden, die einfach bombastisch laufen, wenn ich von 0 auf anfange zu spielen. Da ist das Aim auf einmal da und nimmt dann vielleicht sogar ab zum weiteren Spielverlauf hin. Ich hoffe, die haben den Spot komplett geklärt. Ich weiß nicht, ob der sich nicht irgendwo versteckt. Aber jetzt hat er eh genau eine Chance mehr. Wie ich ist? Ah! Oh nein, der wurde gepimmelt auf B. Ja, man muss natürlich auch einfach sagen, manchmal läuft's und manchmal läuft's eben nicht. Oh fuck. Guck mal, jetzt fangen sie an, sich ein bisschen rumzuschnedeln hier. Wo geht der Maiden hin? Verschieben wir jetzt oder was? Scheiße, wo ist das Connector, Low HP? Warum geht denn der einfach in Deckung, der Nasenbär? Kann ja nicht einfach wie jeder normale Mensch sterben, wenn ich ihn anschieße. Bitte, Dankeschön. One spot. On roof one. No one car. Hä, war hinter mir nicht heim noch mein Maid? Die kleinen CTs, die werden gleich noch ihre Wunderung einfahren. Ah, let's go slow again for first pick. Oh, Gisela, warte. Nice. Der hat zwar eigentlich mehr gehört, aber naja. Wir brauchen noch einen weiteren Kill, dann haben wir easy den Win drin. Maybe go B or should we go A? One is Connector. Okay, let's go A fast. Nice. Cover me please, Wild Mantic. Is that spot clear? Okay, it's clear. Nice. Ja! Ihr wisst ja, wenn ich der Erste bin, dann ist irgendwas nicht richtig. Ich hoffe, das trifft auf dieses Spiel nicht zu. Achtung, easy shot. Ich will den AWP ja nicht blocken. Ich hab schießt, dass ich ihn block. Er nutzt ihn durch die... Ja, gell. Ich wollte auch gerade sagen, die nutzen die Utilities echt behindert. Der eine Molli, der andere schmeißt direkt die Smoke drauf. Das sind schon Tiere. Das sind schon Tiere, ja, ja. One is still belong. Achtung. Bitch! Schade. Vielleicht geb ich ihm ein 8. Ah, wer weiß? Nice. Nice, it's gonna be. Another one on B? Okay, maybe A? Okay, let's go. It's gonna be. Incoming, incoming. Hit her on B. Wie? He's heavy HP. Was heißt das? Okay. Yay. Ihr könnt ruhig klatschen. Ihr könnt ruhig klatschen. Macht ruhig Raute und Klatschen in die Kommentare. Läuft. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Was machen wir da auch mit der? Chillen die da oder was? Eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Der Kollege hat drei Kills geholt. Aber in dem Moment. Das ist Spiel entscheidend. Ist klar. Wollt ihr chicken, please? Thanks. Ja moin, ja moin, ja moin, ja moin, ja moin. Und da hat der mir geklaut. Aber okay, ist egal. Ich habe auch die Bobbel gelegt, ne? Gah, 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 gah. Komm, ich werde mich da ein bisschen dem Freuden-Gesang mit anschließen. Aber ich habe ein bisschen schließt, dass die uns einstampfen, wenn wir dann bei A-City sind. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt bekommen, dass das hier eine... T... Dass das hier eine T-Map sei. Longstown. Aber... At least two speed way, I think. Früher war es auf jeden Fall eine C-T-Map, oder? Ich weiß noch, dass T immer sauschwierig war, wenn man dann bei C-T die ganzen Runden geholt hat. Weil man ein Tier war. Fuck, he's belong. Nice. B is clear. Ja, ja. Ja, ja. Ist in Ordnung. Mein Freund, ist in Ordnung. I go B. Bombay. Shit. Alle. Früher bei Source war es eigentlich... Also da haben wir immer gesagt, sobald wir bei C-T sind, können wir abgehen. Oder wir sind jetzt bei C-T, dann müssen wir zu Null alles holen. Die Map ist noch genauso wie früher. Also es kann sich eigentlich nicht gedreht haben. Aber scheinbar ist es jetzt doch eher T-Sighted. Also, wenn man so auf die Leute hört. Incoming. I go A. Nice. Okay, I think I'm gonna stay B. Okay. Onspot A. What the fuck? Ö. Lucky shot. Okay, I'm gonna be. I need someone to drop, please. I go chicken. I stay chicken for a while. Be onspot now. Plantin. Calm down. Last one is stairs. Just wait. Ja, er hat noch Zeit. Eigentlich habe ich uns eben den Vorteil erkämpft. Aber ich habe ihn ja auch nicht genutzt. Nachdem ich den Kill gemacht habe, hätte ich ihn schicken stehen bleiben sollen, dass wir zu dritt die Bombe bewachen. Dafür war ich auch zu bescheuert. Nice try. Job is one coming. Drop down. Get that Bombing. Get up. Nein, scheiße. Ja, was macht er denn? Ich sage, ich brauche Hilfe auf B. Bitte, Leute. Ich habe jetzt echt ewig gewartet und mich versteckt und es kommt keiner. Das ist doch scheiße. Wir hätten die Easy klatschen können jetzt, ne? Da hat er ein bisschen lange rumgeburstet, ne? Nice. Zum Glück haben sie es geholt. Aber es hätte besser werden können oder sein können. Ich hätte nicht sterben müssen, zum Beispiel. Jawohl, beide haben AK. Sehr gut. Wie many steps. Kannst du dich fallen, du Sack? Na also, es geht doch. Another one long. Nein, shit. Geh so auf, jetzt spiel und lang. Ich musste einfach rangehen. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder rangehe. Extrem taktischer Fehler. Die Bombe ist down. Ich kam vorbei an ihm. Also er wollte mich anschießen. Ich kam vorbei und alles war cool. Und dann gehe ich zurück. Wir müssen doch nur warten, bis sie die Bombe picken und wir sie dann ficken können. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, wenn ich das sage. Weil das einfach taktische Tipps auch sind. Für euch. Und natürlich auch für mich. So trainiere ich selbst ja auch. Bombe down, man. Incoming. I'm gonna stay. Hey. Oh, fuck. He's tagged. 22. Sie kommen beide wie so Cowboys mit Elites auf mich zugelaufen. Nice. Ich war... Aber das hat mich jetzt geflasht. Wenn es 2-on-2 steht, dann ist höchstwahrscheinlich nur ein CT auf dem Spot. Und dann ist es natürlich die beste Wahl, zusammen diesen City zu rushen. At least one is stepping on belong. Ach, scheiße. Komm. He's low HP on long. Oh, no. Wir machen ein kleines Midrush. Das wird hairy. Meine Haare sind gerade voll fancy. Ich weiß, aber das... Oh. Steps on belong. Belong is clear. Maybe rotate to A. Oh, ne Emerald Pinstrap. Nice. Leute, das muss A sein. Smoke on A. Achtung, mate. Ich muss hier raus. Bombay. Oh, my God. Oh, so, so, so. Die Bombe kommt zurück, anstatt zu planten. Was für ein Bastard. Ich sehe ihn vorbeilaufen und denke, scheiße, meine Chance ist schon mal vertan, ihn zu ficken. Und dann kommt er zurück. Wer macht denn sowas, bitteschön? Easy win now. Ich brauche eh noch ein paar Kills, Leute, bis ich die 50 habe. Connectative. Ach, du Scheiß. So unglaublich unvorbereitet. Das war eklig. Das ist bei Sloan. Ich gehe 2 auf A lang. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, du Scheiße. Und schon sind sie tot. Der ist doch nicht defensiv gespielt. Wer geht denn, wenn wir defensiv spielen wollen, vor? Belong is clear. Ja, let's go. Let's go away. Nice. Okay. Wait for me green. Ah, nice. Jawohl, grün geht ab wie ein Schnitzel. Hä, ich brauche immer noch Punkte. Ich habe seit 30 Runden nichts mehr gemacht. Oh, no. Nein. At least two. Titanic. Titanic. I'm going to stay chicken and wait for them to plant. Smoke on B. Want to stepping on B? Ah, shit. Schade. But let's play ultra defensiv. Just wait for them. I'm going to stay A lang. Ich kurz gucken. Nice. A lang is clear, still. So, 4 gegen 5. Ich weiß nicht, was unser Mittelspieler hat. Bombi. Bomb is down. Stay cool. Nice. Alter, wie sie abgehen. Hula, die Waldfee. Last guy got the bomb. Nice. Nice. GG, guys. Ich habe noch nicht mal die scheiß 50 Punkte geschafft. Das ist lächerlich. Habe ich bei City überhaupt einen Kill gemacht? Habe ich da irgend... Ja, doch. Ich habe vorher einen Pistol-Kill gemacht. Aber sonst? Ja, und der Adler ist natürlich wieder ganz unten. Ne? Naja, Leute, die Ranks. Das ist einfach lächerlich. Ich weiß, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Ja. Aber guckt euch das Mittel an. Guckt euch das verschissene Mittel an. Schaut euch meine Spiele an, die ich auf Gold Nova spiele. Und schaut euch meine Spiele an, die ich auf DMG, LA und LEM und Supreme spiele. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man wird auf Gold einfach eingerissen und auf Adler läuft's. Schä. Schä. Ich denke, der Downrank ist abgewendet, denn ich war letztes Mal ja ganz kurz davor. Aber seitdem gab es wieder zwei Wins. Der letzte war besser wie der jetzt gerade eben. Aber naja. So, und unter allen Leuten, die jetzt noch da sind, wird eine StatTrak P2000 Oceanic. Vergambelt, verschenkt, vergiverwired. Schreibt ganz beiläufig in euren Kommentar, den ihr eh schon geschrieben habt wahrscheinlich. Noch so mit hinzu, wann ihr das letzte Mal krank wart. Nicht zwingend, was ihr hattet. Einfach nur, oh, ich war vor längerem krank. Ich war gestern krank. Ich war noch nie krank. So ungefähr. Einfach so ganz beiläufig. Ich hoffe, dass es keiner merkt, der nicht bis zum Ende guckt. Okay? Wir verstehen uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.